In der ruhigen Schönheit des Friedenstals entfaltete sich ein faszinierender Tanz über einen Zeitraum von sieben Monaten. Ein Tanz, choreografiert von der Natur selbst. Lior Patel, ein talentierter Fotograf aus Israel, begab sich auf eine bemerkenswerte Reise, um die herzerwärmenden und gleichzeitig geheimnisvollen Bewegungen einer großen Herde Schafe festzuhalten, als sie vom Winterweideland ins Sommerweideland wechselten. Wenig wusste er, dass die Aufnahmen, die er einfangen würde, die Zuschauer in Ehrfurcht und Spannung versetzen würden. Als die Drohne über der Herde schwebte, fing die Kamera die grazilen, fast gespenstischen Bewegungen der Schafe ein. Aus der Vogelperspektive schienen die Schafe in synchronisierten Mustern zu bewegen, wodurch komplexe Formen und Formationen entstanden, die beinahe schon unwirklich erschienen. Jeder Einzelbild der Aufnahmen offenbarte eine neue Schicht von Mystik und Staunen und zog die Zuschauer tiefer in die enigmatische Welt der Herde. Besessen von Keith Markov und Michael Morgan, wurde die Herde von 1000 bis 1700 Schafen von den erfahrenen Hirten Musa Fatabesh und Mahmoud Kabia betreut, die die Tiere mit fachmännischer Präzision mithilfe traditioneller Methoden und Kollihunden lenkten. Die Rufe der Hirten halten durch das Tal und verschmolzen harmonisch mit den sanften Geräuschen der grassenden Schafe. Während sich das Zeitraffer-Video entfaltete, schienen die Schafe Teil eines großen Balletts zu sein, das mit einer Flüssigkeit und Grazie bewegte, die ihren simplen Äußeren trotzte. Jeder Moment, der von der Drohne eingefangen wurde, enthüllte eine neue Facette des kollektiven Tanzes der Herde, der die Zuschauer atemlos vor Spannung zurückließ. Und dann, als die Aufnahmen ihren Höhepunkt erreichten, überkam das Publikum ein Gefühl des Staunens. Die Schafe, einst individuelle Wesen in einer weiten Landschaft, hatten sich verwandelt in ein lebendiges Geflecht aus Bewegung und Harmonie. Die letzten Bilder der Drohne hielten die Herde fest, als sie am Horizont verschwand und hinterließen ein Gefühl tiefen Schönheit und Geheimnis. Lios Patels siebenmonatige Reise gipfelte in einem Kunstwerk, das über bloße Fotografie hinausging. Es war eine Hommage an die Schönheit und Komplexität der Naturwelt. Eine Erinnerung daran, dass selbst die einfachsten Kreaturen in ihren Bewegungen Magie erschaffen können. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.